778 Teilfingen ist der zweitgrößte Stadtteil von Albstadt im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg auf der Schwäbischen Alb. Geografie Teilfingen liegt auf der Schwäbischen Alb, teilweise in einem schmalen Tal, genannt Talgang, teilweise an den Hängen bzw. Hochflächen der Schwäbischen Alb, etwa auf halbem Weg zwischen Stuttgart und dem Bodensee im Tal der Schmiercher, eines linken Nebenflusses der Donau. Nördlich angrenzender Stadtteil ist Onstmittingen, im Süden liegt Truchtelfingen, westlich Verfingen. Teilfinger Berge Teilfingen wird von drei großen Bergen umrahmt. Der höchste mit 975 Meter ist der sogenannte Hochberg, auch Burg genannt. Er steht im Norden von Teilfingen. Östlich schließt sich mit 937 Meter der Schlossberg an, auf dem im Mittelalter eine Burg stand. Westlich liegt mit 969 Meter der Braunharzberg. Zwischen Hochberg und Schlossberg finden wir den flachen Nanklammerberg und anschließend den Staufenbühl, auf dem heute ein Sendemast steht. Geschichte Gegründet wurde Teilfingen durch den sagenumwobenen alemannischen Sippenhäuptling Tagolf irgendwann nach 260, wohl im fünfte oder sechste Jahrhundert. In der Erzählung von Karl Metzger Tagolf, Erzählung aus Teilfingens Vorzeit, wurde diesem Sippenhäuptling ein literarisches Denkmal gesetzt. Bekannter allerdings ist der Roman des ehemaligen Stadtarchivers Peter Thaddeus Lang aus dem Jahr 1994. Im Jahre 793 wurde Teilfingen erstmals in einer St. Gallener Urkunde als der Golfingahr erwähnt. 1113 wurde Teilfingen gemeinsam mit Ebingen in einer Schenkung Valchios von Waldeck an das Kloster St. Blasin erwähnt. 1403 kam der Ort von der Herrschaft Schalksburg an das Herzogtum Württemberg. Als Graf Mülli von Zoller die Schalksburg zusammen mit Teilfingen an Württemberg verkaufte und wurde dem Amtsbezirk bzw. Oberamtsbezirk Balingen zugeordnet aus dem 1934. der Landkreis Balingen hervorging. Auf dem Schlossberg bei Teilfingen befinden sich noch geringe Reste der Burg Teilfingen aus dem 11. bis 12. Jahrhundert und 3000 Meter nordöstlich. Von Teilfingen ebenfalls geringe Reste der Weilerburg. 1534 wurde im Herzogtum Württemberg die Reformation eingeführt, seither ist Teilfingen evangelisch. Die ersten Reformationskontakte gab es unter Balthasar Hubmeier. Danach wirkte eine Zeit lang Johannes Mura, genannt Karst Hans, ein Arzt aus Horb, der als Leinprediger auftrat. Aber in Balingen verhaftet und 1525 im Gefängnis auf Schloss Reichenberg bei Bagnang starb. Die Reformation selber erfolgte unter Ambrosius Plara. Eine Teilfingerkirche wurde bereits 1275 erwähnt. 1462 taucht sie als Kirche St. Petrus auf. Ihre Anfänge dürften jedoch bereits auf das 8. oder 9. Jahrhundert zurückgehen. Die heutige evangelische Peterskirche wurde aber erst 1777 erbaut. Der Turm der Peterskirche war ursprünglich ein Wertturm und ist wesentlich älter, nämlich rund 1000 Jahre. Er gehört damit zu den ältesten Baudenkmälern des Landkreises. Eine weitere Kirche, die Pauluskirche, wurde 1907 erbaut. 1953 folgte noch die Erlöserkirche. Im Wohngebiet Stiegel wurde 1965 ein Gemeindehaus erbaut. Nicht zu vergessen die evangelisch-methodistische Johanniskirche aus dem Jahr 1924. Eine evangelisch-methodistische Gemeinde existierte in Tejelfingen bereits 1874. Bedingt durch die Industrialisierung begann in dieser Zeit der Zuzug von katholischen Arbeitskräften zunächst vor allem aus dem Hohenzollerischen, später aus Oberschwaben. Deshalb wurde 1903 eine katholische Kirche erbaut, diese 1935 abgebrochen, nachdem 1934 die wesentlich größere Sankt-Elisabeth-Kirche errichtet worden war. Der enorme Zuzug von Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg machte schließlich 1969 den Bau einer weiteren katholischen Kirche notwendig. Der Dreißigjährige Krieg hinterließ große Verwüstungen. Die Gemeinde konnte sich bis 1660 keinen eigenen Pfarrer mehr leisten und ging ins benachbarte Truchtelfingen in die Kirche. Im Jahre 1744 hatte der Ort 512 Einwohner, konnte sich aber bis 1820 stark vergrößern. Aufgrund des kargen Bodens bot die Landwirtschaft nicht mehr genug Einkommen und die Strumpfwirkerei wurde zum handwerklichen Nebenerwerb. Aus diesem bildete sich auch der Grundstock für die Industrialisierung. 1853 wurden die ersten Rundwirkmaschinen für Auftragsarbeiten von Ebinger und Hechinger Unternehmen aufgestellt. 1870 begannen sich die Tailfinger selbstständig zu machen und expandierten, sodass im Jahre 1914 1800 Rundstühle im Ort zu finden waren. Somit stieg die Bevölkerungszahl auch explosionsartig an. 1871 war Tailfingen zu Marktflecken erhoben worden. 1901 wurde die Talgangbahn in Betrieb genommen und erhöhte das Transportaufkommen erheblich. Damals fuhr der berühmte Schellemeth-Ties eine Dampflok, die 1956 durch einen Triebwagen ersetzt wurde. Tailfingen verlor immer mehr sein dörfliches Aussehen und wurde 1930 zur Stadt erhoben. 1934 wurde unter dem Druck der Nationalsozialisten die Nachbargemeinde Truchtelfingen eingegliedert. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs hatten führende deutsche Atomwissenschaftler unter der Leitung von Otto Hahn in Tailfingen ihren Aufenthaltsort. Am 25. April 1945 wurde Hahn durch ein amerikanisches Kommando gefangen genommen. In Folge des Wirtschaftsaufschwungs in den 1950er Jahren wuchs Tailfingen weiter und erhielt 1971 sogar ein Progymnasium. Am 1. Januar 1975 wurde Tailfingen im Rahmen der Gemeindereform Teil der neu gegründeten großen Kreisstadt Albstadt. Am 3. September 1978 war der Ort Epizentrum eines Erdbebens der Stärke 5. 7. Obwohl zahlreiche Gebäude beschädigt wurden und Kosten von vielen Millionen D-Mark entstanden, wurden keine Personen ernsthaft verletzt. Die wenige Kilometer nördlich gelegene Burg Hohensollern wurde aber schwer beschädigt. In den letzten Jahren hatten auch die ansässigen Unternehmen in Tailfingen mit der Strukturkrise in der Textilindustrie zu kämpfen. Deswegen verlegten viele ihre Produktion ins Ausland oder meldeten Konkurs an. 1998 wurde die Teilgangbahn stillgelegt. Einwohnerentwicklung Ab 1954 Truchtelfingen mit einbezogen. Politik Siehe, Blasonierung In von blau und silber gespaltenem Schild unter einer liegenden fünfendigen Hirschstange in verwechselten Farben vorne eine Pfahlweise gestellte. Silberne Spule Hinten ein aufgerichteter schwarzer Bär mit silbernem Halsband. Erklärung Die Spule verweist auf die ortsansässige Textilindustrie, dem der Ort seine Bedeutung verdankt. Tailfingen gehörte ursprünglich den Zollern ab 1403 zu Württemberg. Der Schwarze Bär erinnert an die Abtei St. Gallen, zu der Truchtelfingen gehörte. Als Tailfingen zur Stadt erhoben wurde, wurde Truchtelfingen nach dort eingemeindet. Die Vereinigung der Wappen ist daher als Zugeständnis an die Truchtelfinger bei der Eingemeindung zu werten. Kultur und Sehenswürdigkeiten Maschenmuseum Albstatsch Größtes Museum ist das Maschenmuseum. Es besteht seit 1996. In ihm wird die Geschichte der regionalen Textilherstellung dargestellt, sowohl mit den Maschinen als auch mit den Produkten. Kirchen Der markante Turm der evangelischen Peterskirche besteht seit rund 1000 Jahren und ist damit das älteste Gebäude Teilfingens. Wie man im Innern des Turms erkennen kann, handelt es sich ursprünglich um einen Wehrturm. Dort ist nämlich zu sehen, dass sich mehrere Meter über der Erdoberfläche ein Zugang befand, der nur über eine Leiter erreicht werden konnte. Dieser Turm ist mit dem eigentlichen Kirchengebäude nicht direkt verbunden, was wohl im Zollernalbkreis einmalig sein dürfte. Da dieses räumlich recht beschränkte Gotteshaus für die sich während der Industrialisierung explosionsartig vermehrende Bevölkerung bald nicht mehr ausreichte, entstand 1907 am gegenüberliegenden Ende des alten Ortskerns die wesentlich geräumigere Pauluskirche. Die starke Anklänge an den Jugendstil aufweist, 1933, 34 wurde noch die katholische Sankt-Elisabeth-Kirche gebaut, ein äußerst schlicht gehaltenes und dem Bauhausstil verhaftetes Gotteshaus. Dessen einzige Schmuckelemente die Engel am Turm und die Glasfenster im Chor sind, 1969 wurde weiterhin auf Langenwand die katholische Franziskuskirche eingeweiht. Tailfinger-Naturbad Das Tailfinger-Naturbad entstand durch Umwandlung des ehemaligen Tailfinger-Freibades. Im November 1932 hatte der Gemeinderat von Tailfingen den Bau eines Freischwimmbades in den oberen Wiesen Richtung Onstmittingen beschlossen. Am 6. August 1933 war die Einweihung. Nachdem das alte Freibad im Lauf der Jahre immer mehr zerfiel, wurde es in ein Naturbad umgewandelt. Die Einweihung erfolgte 2002. Das neue Schwimmbad hat eine Wasserfläche von 1800 Quadratmeter. Die maximale Tiefe im Bereich des Sprungfelsens beträgt 4,10 Meter. Die Wasserqualität des Naturbades ist sehr gut. Das Wasser ist sauber und klar und steht der eines herkömmlichen Schwimmbades mit Chlorwasser in nichts nach, im Gegenteil. Das Wasser ist durch den gänzlichen Verzicht auf Chemikalien insbesondere für Kleinkinder und ältere Menschen sehr gut verträglich. Das Wasser wird biologisch gereinigt. Dazu wurde parallel ein separater Regenerationsteig angelegt. Hier erfolgt ein ständiger Austausch mit dem Badewasser. Auf diese Weise wird sauberes und weiches Wasser erzeugt. Der Selbstreinigungsprozess ist naturähnlich aufgebaut. Auch die Freizeitanlage ist sehr schonend und naturverbunden angelegt. Es wurden nur einheimische Steine, Holz und Kies verwendet. Das Naturbad ist bewirtschaftet. Professor an Bauten Es gibt in Telfingen eine größere Anzahl Jugendstilfabrikbauten. Was zurückzuführen ist auf den vergleichsweise späten Beginn der Industrialisierung in Telfingen, als Beispiele wären Konzelmann zur Rose, Voltas Blickels Witwe und Konrad Mayer zur Moxen. In Telfingen findet sich auch ein sehr schönes Beispiel für Industriearchitektur im Bauhausstil die Trikotfabrik Ludwig Haases. Telfinger Brünnle Punkt Telfingen hatte immer Probleme mit der Wasserversorgung. Durch die Bodensee-Wasserversorgung sind diese Probleme heute erledigt. Ein wichtiges Element waren nicht nur die Brunnen im Ort, sondern auch die freien Brünnle. Es gab fünf Schöpfbrunnen im Heutal, in Gießen, in der hinteren Gasse, in Kämmen und im Wasen. Des Weiteren gab es vier Pumpbrunnen bei der Alten Kirche, in der Hechinger Straße nahe dem Gasthaus Rössle und bei der Kreuzung Hechinger-Göthe-Straße und Hinterstraß. Ein privater Brunnen war im Fahrgarten, der Kindelsbrunnen. Einige Quellen sind heute teilweise versiegt. Die oben gezeigten Brünnle, das Hochberg, Staufenbühl, Nank und Heilige Brünnle sind die Gefasstenbrünnle. Daneben gab es aber auch noch zwischenzeitlich versiegte Brünnle, wie beispielsweise am Schlossfelsen und am Quetschwerk. Ursprünglich gehörte auch der Weilertalbrunnen, der zur Weilerburg gehörte, zur Tejelfinger Wasserversorgung. Diese Quelle war aber an die Gemeinde Bitz verkauft worden. Schmauselhöhle Um zur Schmauselhöhle zu kommen, nimmt man den Weg vom Neuweiler zur Forsthausbildungshütte. An der Hütte geht man den Weg weiter, der in den Alten Kohlweg mündet. Der Weg fällt leicht ab und steigt dann wieder an. Kurz bevor der Weg den tiefsten Punkt erreicht, sieht man rechts ein Schild alter Oberer Kohl. Hier geht es rechts den Wald hoch. Man sieht von dort die von den Forstwirten angebrachte Umzäunung des Eingangs der Schmauselhöhle. Bei starker Vegetation im Sommer muss man evtl. hin und her gehen, um den Eingang zu finden. Punkt, 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 Punkt. Nähere Beschreibung der Höhle. Am Neuweiler, vor dem Höhenzug des 946 Meter hohen Storren im Gebiet Katzwang, liegt am Waldweg vom Neuweiler zum Heirich nach rund 1,5 Kilometer. Leicht oberhalb des Weges die Schmauselhöhle. Die Höhle fällt senkrecht ab und war lange Zeit nicht gesichert. Zwischenzeitlich wurde eine Beschilderung und ein Zaun um die Höhle angebracht. Benannt ist sie nach deren Entdecker, einen Tejelfinger-Bürger namens Boley, genannt das Schäfer-Jergle. Er hatte den Übernamen Schmauselhöh und war Feld- und Waldschütz. Der Zugang zur Höhle ist heute deutlich sichtbar, aber verschüttet. Sport Es gibt einen Skilift in Tejelfingen am Schlossberg. Dieser wird betrieben vom Wintersportverein Tejelfingen und verfügt über eine Flutlichtanlage. Die Abfahrten sind 500 und 850 Meter lang. Hier befindet sich auch die erste FIS-Rennstrecke der Westalp. Des Weiteren gibt es ein Vereinslokal und ein Funpark. Während der Sommermonate wird seit Juni 2009 ein Bikepark mit 900 und 1000 Meter langen Downhill-Strecken betrieben. Der WSV Tejelfingen stellt seit Jahren Mannschaften und Einzelfahrer bei den Skirennen im Bereich des Schwäbischen Skiverbandes. Bekanntester Fahrer war der 1972 tödlich verunglückte Karl Rainer Schneider. Er war erfolgreicher Teilnehmer an schwäbischen und deutschen Skimeisterschaften. Zum Beispiel wurde er 1970 schwäbischer Meister in der alpinen Dreierkombination. Im Kunstradfahren treten die Tejelfinger Sportlerinnen und Sportler regelmäßig bei großen internationalen Meisterschaften an. Es wurden jahrzehntelang immer wieder Weltmeistertitel gewonnen. Bildung Das Schulzentrum Lamerberg in Tejelfingen vereint das Progymnasium Tejelfingen, die Lamerberg-Realschule und die Lamerberg-Grundschule. Außerdem gibt es im Stadtteil noch die Langenwand-Grundschule sowie die Lutherschule, eine Grund-, Haupt- und Werk-Realschule. Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Katharina Ruob, der Rat der Stadt Rottweil, hat am 15. April 2015 einen Beschluss zur sozial-ethisch-moralischen Rehabilitierung der Opfer der Hexenprozesse gefasst. Ernst Bietzer Theologiestudium in Tübingen 1923 bis 1930 ab 1934, zweiter Stadtpfarrer in Tejelfingen. Ab 1947 Professor für Kirchengeschichte an der Universität Bonn, seine Hauptwerke sind. Edition der Confessio Württembergiker 1952 Fides Ex Auditur Eine Untersuchung über die Entdeckung der Gerechtigkeit Gottes durch Martin Luther 1958 Karl Gonser Oberbürgermeister von Nörtingen Hans Konzemann Evangelischer Theologe und neutestamentlicher Wissenschaftler Gregor Dorfmeister, bekannt unter dem Pseudonym Manfred Gregor, Journalist und Schriftsteller Manfrede Maute, Kunstratsportler und Trainer Hans Martin Haller, Politiker, Landtagsabgeordneter Jürgen Geneweckow, 1999 bis 2015 Oberbürgermeister von Albstadt Marcel Bayer, Schriftsteller Dieter Maute, Kunstratsportler und Trainer Persönlichkeiten, die vor Ort gewirkt haben Otto Hahn, 1879 bis 1968 Entdecker der Kernspaltung und Nobelpreisträger Lebte und wirkte vom 24. Juni 1944 bis zum 25. April 1945 in Tejelfingen Entdecker der Kernspaltung und Nobelpreisträger Entdecker der Kernspaltung und Nobelpreisträger Entdecker der Kernspaltung und Nobelpreisträger